Warum nicht? Nein. Warum nicht? Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Ich weiss gar nicht, was für Wahlen sind. Also, Gemeinderatswahlen ist etwas. Nein, nein, wähle ich nicht. Ja. Nein. Warum nicht? Es verhängt. Ja. Ja. Ehe nicht. Warum nicht? Vergessen. Nein, ich habe dieses Jahr gepasst. Ich habe es verpasst und keine Zeit gehabt. Warum nicht? Weil es mich nicht interessiert. Nein, noch nicht. Also, ich war heute. Nein. Ja, natürlich habe ich gewählt. Selbstverständlich. Ja. Nein. Nein. Weil es zu kompliziert ist. Weil man kaum noch etwas versteht, was man mitbekommt. Und weil es sehr kompliziert ist. Man muss sich zu stark mit der Politik befassen, um sich da in ein Urteil zu bilden. Ja. Ja. Warum? Warum? Ich will immer wählen. Aber ich will... Ja. Ja, Luki. Gell? Wir wählen immer. Ja. 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 Ja.